Hi, ich bin Tobi von EverNest und heute möchte ich euch gerne mitnehmen und euch eine ganz exklusive Immobilie in Soling zeigen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet einen guten Eindruck von dieser wirklich exklusiven Immobilie gewinnen. Meldet euch gerne bei mir für einen Besichtigungstermin.